Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Möchtest du Baller, Elli? Ja. Wollen wir Baller holen? Ja. Okay. Elli ist verrückt, ne? Ja. Elli ist verrückt. Die Elli ist hysterisch, glaube ich. Wollen wir mal einen anderen Ball? Jetzt geht's ans Eingemachte. Bist du nicht willig, dann gebrauche ich Gewalt. Da liegen noch ein paar einzelne Socken. Die ließen sich noch nicht wegsortieren, weil die Waschmaschine irgendwie ein paar einzelne Socken gefressen hat. Eignet sich natürlich wunderbar, um reinzubeißen. Unsere Schnappschildkröte. Ja, die Elli spinnert, ne? Kannst du Elli sehen im Bildschirm? Oh, hat die eine Kraft. Da hat sie Elli im Bildschirm, ne? Lass den Teppich in Ruhe. So. Elli, sag Tschüss. Genau. Mach du mal Winke, Winke. Mach mal Winke, Winke, Hanna. Elli, Teppich in Ruhe lassen. Da. 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 Elli, nicht so laut immer. Da. Ja. Nicht wundern, da steht ein Kochtopf. Der gehört Hanna, der gehört zu ihrer Küche. Na? Da hast du deine ganzen Kochsachen drin, ne? Ja. Und das ist dein Fahrrad, das hast du zu Ostern bekommen, das benutzt du bloß gar nicht, ne? Bist du noch so klein. Ja. Ja. Aber das war für Lau. Hahaha. Na? Für Lau, da haben wir es mitgenommen. Da. Ja. Wessen Fuß ist denn das? Hä? Kleine Stinkefüße. Und das ist ein Ruheser. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.